Hallo und Willkommen zurück in Fallout 4. Ich bin jetzt auf dem Weg mit meinen zwei Begleitern. Ich muss ja dort mit Preston sprechen. Oh, bist du Cricket? Die ist so fertig, die Frau. Was ist denn jetzt los? Ich überleg's mir. Weniger Zeit zum Nachdenken? Mehr Zeit, um was in die Luft zu jagen. Die ist cool. Na gut. Wir haben einen langen Weg vor uns. Ja, ja. Ist in Ordnung. Ich hau mal hier ab. Entschuldigt. Meine Stimme ist ab und zu mal weg. Sollte ich da lang gehen? Keine Ahnung. Wer ist denn das da? Achso. Ja. Nee. Den wollen wir nicht töten. Gehen wir einfach mal hier lang. Ein bisschen die Welt erkunden. Ist das hier die Stadtbibliothek? Ich nehme mal an, oder? Oh. Entschuldigung. Dann speichere ich das auch gleich mal. Ich habe ja jetzt was entdeckt. Schicke Haarbürste. Ein bisschen Patronen. Ach, was ist denn hier? Okay. Sieht schön aus. Oh Gott. Schnell weg. Schnell weg. Jetzt geht es erst richtig los. Ein Schmortopf. Wo muss ich denn hin? Wo sind sie hin? Oh oh. Ist hier was drin? Es tut mir so leid. Wow. Hallo? Oh Gott. Ich glaube... Ich war schon irgendwo besser. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ich habe euch nichts getan, Leute. Ich habe euch nichts getan, Leute. Ich komme jetzt hier los. Ah, ich komme jetzt hier nicht weiter. Ich müsste da rüber, oder? Gut, dann speichere ich mal und dann schwimmen wir eine Runde. Okay, jetzt hat sich das Spiel aufgehängt, oder wie? Nein. Gut. Mist, wo gehe ich denn am... Ne, 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 da ist ein Supermutant mit einer Bombe in der Hand. Das könnt ihr gleich mal vergessen. Ach komm. Lass mich in Ruhe. Ich möchte doch nur zur Burg. Ja, okay. Ah, nein. Da nicht lang. Ach, überall sind diese... Raider und so. Ja, daran bin ich gut. Todeskralle. University Point? Oh, oh. Da war eine Todeskralle. Dogmeat? Okay. Okay. Äh, Mädel? Junge? Ich schau mal den Bus ab. Ich bin zu feige. Ich weiß, Leute. Ich weiß. Uh. Da schmeißt sie doch wirklich mit Dreck. Ist doch unglaublich. Aber ich krieg die jetzt von hier natürlich nicht. Was ist die denn? Die Doofe. Todeskralle? Wo bist du? Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Ach, da. Jetzt hat die mich erwischt, die blöde Crew. Total aus dem Hinterhalt. Oh, sie ist tot. Schön. Ist hier vorne noch irgendwas? Nein. Gut. Habt ihr fein gemacht, die beiden. Das gehört jetzt uns. Genau. So, schön speichern. Hier sind doch bestimmt eine Menge Maya-Lurks. Und ein paar Petronen. Oh nein. Hey, was kann ich für dich tun? Trag mal ein bisschen was für mich. Nur so ein bisschen. Okay, das reicht schon. Danke. Oh nein. Du hast dich da echt wecker geschlagen, Blue. Ja, oder? Lass dich da pisst an! Sag ja, hier sind Maya-Lurks. Sieht mir sehr danach aus, immer. Oh, da sind auch ein paar Eier. Da ist die Burg. Guck mal. Genau da. Wir haben es gleich geschafft. Wow. Also Pfeiffer ist ja gut, ne? Pfeiffer, was machst du denn da? Gut, die will eine runde Schwimmen anscheinend. Ja, was denn? Dogmeat. Wieder ein bisschen was klauen hier. Aber es ist schön, dass sie immer... Ups. Dogmeat. Was ist los? Nein. Okidoki. Okidoki, dann geht's wieder raus. So, Preston, ich komme. Ich hab gute Nachrichten. Da ist er. Was jetzt? Ich lasse es dich wissen, wenn eine Siedlung Hilfe benötigt. Und denk dran, biete jedem Hilfe an, der sie benötigt. Damit bringst du unsere Sache voran. Ja, super. Level up. Wir sind aufgepasst. Wir haben für eine Siedlung gehört unsere Hinblick auf. Bitte leisten Unterstützung, wenn möglich. Ok. Den Gefangenen erwidern. Begib dich zur Ibanezzi Farm. Moment. Ähm. Ok. So, und warum hab ich jetzt zwei Marker? Moment. Keine Meldung. Wir halten euch auf dem Lauf. Ok, wie lautet denn meine Aufgabe? Ähm. Ich habe über Radio Freedom gehört, dass eine Siedlung Hilfe braucht. Welche Art von Hilfe? Das muss ich im Gespräch mit einer Person in Ebanezzi Farm herausfinden. Alles klar. Hm. Ok. Was ist das hier? Guck mal, das ist doch gar nicht so weit weg von hier. Dann mache ich doch erstmal... Nein, Moment. Warten. Dann mache ich doch zuerst das. So, aber zuerst werde ich die ganzen Schrott mal abladen. Wunderbar. Ah, da bist du ja schon meine Gute. Piper? Na. Hallo? Hey, Piper. Weißt du, du siehst aus, als könntest du das hier wirklich brauchen. Die Dinge haben mir buchstäblich das Leben gerettet. Äh. Meinung? Was meinst du? Ein Reporter ist nur dann erfolgreich, wenn jemand sein Leben bedroht. Ich bin verdammt erfolgreich. Nochmal? Was meinst du? Du hattest recht wegen Ned. Danke. Mal wieder. Ja, gerne. Beziehung. Ist zwischen uns alles in Ordnung? Du musst dir keine Sorgen machen. Zwischen uns läuft es gut, Blue. Also wirbeln wir da mal weiter Staub auf? Ja. Sonst erstmal nichts weiter. In Ordnung. Aber ich wollte eigentlich handeln. Hey. Nach dir. Sag mal. Wahrscheinlich habe ich ja was, was du brauchen kannst. Mit Sicherheit. Den ganzen Schrott zum Beispiel. Okay. Okay. Gib mir alles. Ja, ich trage zu viel, ich weiß. So, die kannst du natürlich behalten. Was hast du vor? Na, ich will doch nur den Schrott hier loswerden. Aber ich wiege immer noch verdammt viel. Dogmeat, hast du auch noch was? Da bist du. Aufgepasst. Dogmeat. Ach, keiner. Dogmeat, bleib doch mal stehen. Hey. Wie geht's dir, Kumpel? Was soll's, Junge? Nee, das war nicht das, was ich wollte. Aufgepasst. Bin leider an die falsche Taste gekommen. Dogmeat. Bleib doch mal hier. Ich müsste mal meinen Hund hier erziehen. Dogmeat. Dogmeat. Hallo? Na, endlich. Aber du hast nichts. Gut. Ähm. So, war da nicht hier irgendwo... Hi. Hier irgendwo... Die Waffenkammer oder so. Hier ist die Laborstation. Ich bin jetzt... Ich bin jetzt... Hallo? Oh Gott. Leute. Achso, die war da hinten, ne? Ich wollte nämlich mal gucken, ob ich hier... Wo bist denn du? Was? Ja, ich weiß, mein Guter. Ja, fein. Was hast denn du genommen? Ich hab's genau gesehen. Ne Nuka-Granate. Danke, Dogmeat. Hm. So, dann guck ich mal, ob ich jetzt irgendeine Waffe... ...verwerten kann. Hier zum Beispiel. Ne, das hat einen Stern. Das behalte ich natürlich. Nein! Kann man das irgendwie rückgängig machen? Ähm... Verbessert und selbstzielend... ...optimiert und agitiert... ...verbessert... ...blablabla. Hm. Wartet mal. Keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig gemacht hab, aber... ...hut soll's. So, verlassen. Ach, das ist natürlich doof. Jetzt hab ich, glaub ich, meine schöne... ...ähm... ...Pistole. Metallrüstung. Aus Versehen verwertet. Das ist nicht gut. Das erraten mich jetzt ein bisschen. Was liegt denn hier? Achso. Kann mal jemand hier die Leichen wegnehmen? Ist ja eklig. Eklig. Genau. Nein, ist ja eklig. So. Äh... Nuka-Granate. Ich lass' sie mal hier. Kampfmesser. Hab ich eigentlich irgendwie... ...ne Nahkampfwaffe? ...kampfmesser... ...verursacht 50% mehr Schaden gegen Tiere. ...kampfmesser. Okay. Ja, lass' ich auch erst mal da. Injektorgewehr. Tja. Ähm, sag' mal... ...hatt' ich nicht irgendwo eine Leuchtpistole? Oh nein. Habe ich die jetzt etwa... ...habe ich die jetzt etwa... ...tja, habe ich die etwa entsorgt oder so? Mist. Das reduziert ihn durch Roboter verursachten Schaden. Ich müsste mal echt... ...die Sachen hier umbenennen. Rechtes Bein. Moment, ich guck mal kurz in meinen Pitboy. Unter Kleidung. So, rechtes Bein ist das. Linkes Bein. Okay. Hab' ich da etwa noch nichts? Ah, hier. Fünf. Gut. Ach nee, ähm, Moment, Moment. R wie Transfer. So, dann packe ich das jetzt weg. Das brauche ich hier, um Leute einzunüllen. Okay. Ach so. Ähm. Ein paar Hilfsmittel vielleicht noch wegpacken. Nee, Moment, falsch. Ach, falsch, falsch. Hilfsmittel. Dann lasse ich das mal da. Ah, ich höre den am Stiel. Ach, lasse ich auch erst mal da. Gekreter Ratisch. Ach so. Okay, Gemüsesuppe. Gummibonbons. Legionen am Stiel. Kann ich ja noch essen. Die mache ich mal weg. Medics behalte ich. Mentats. Behalte ich auch mal. Ne, die Quanten lasse ich auch hier. Psycho. Reddix. Red Away. Verstrahltes Blut kann auch erst mal hier bleiben. Whisky. Wodka. Siebzehn. Ich könnte ja zehn Stück hier lassen. Na, wobei. So. Machen wir hier auch noch fünf draus. Gut. Okay. Alles klar, ihr Lieben. Dann mache ich mich mit euch zusammen in der nächsten Folge auf den Weg nach... Jetzt habe ich es wieder vergessen. Nach Jamaica Plain, ne? Genau. Um dort die Schätze zu finden. Gut, ihr Lieben. Bis zur nächsten Folge. War schön, dass ihr dabei wart. Bis morgen dann. Bye, bye.